Im Grunde genommen Angriff, ja, sorry, wieder ein Stich zum Körper und von hier weichen wir 45 Grad aus und machen einen Block hinter Ellenbogen dorthin. Von hier lösen wir die Hand, machen hier eine Kontrolle, gehen mit den Beinen hier rein und ihr seht schon die Kontrolle, was oben bei ihm passiert. Wir legen den Handbogen hier oben rein und packen zu und senken uns hinten ab. Okay, und jetzt normalerweise, also nicht nur loslassen. Okay, nochmal. Also, Block, hier Kontrolle, hier mit dem Fuß rein, dass er beschäftigt ist. Ihr seht, die Schulter da hinten kommt in meine Richtung. Ich gehe hier oben rein, genau hinter dem Kopf. Ich bewege mich in seinen Rücken und ziehe ihn mit einer Schimmerwasser da unten. Okay, und ich könnte ihn jetzt rüberwerfen. Lassen wir ihn jetzt weg. Danke. So, nah hin. Hier her, unten Kontrolle. Hier unten ein Feder und durch die Beinkontrolle kommt die Schulter in meine Richtung, ja. Das Knie drücken und dann kommt das hier her. Okay. Ja, nochmal, also okay. Das ist okay, ne? Englisch. Gut. Okay.